Ich bin Michael Huwiler, ich bin 47 und verberufe selbstständiger Fotograf. Ich teile mit meiner Frau ein Hobby, nämlich das Dörffahren. Normalerweise gehen wir im Sommer für mehrere Wochen auf ausgeprägte Dörftour quer der Europa. Letztes Jahr konnten wir das leider nicht machen, weil uns der Coronavirus dazwischen kam. Ich werde mich darum möglichst bald impfen wollen, weil ich mir erhoffe, dass dann unsere Reisefreiheit wieder zurückkommen wird.